Hallo! Ja, das war 2017. Die 11. Staffel ist abgedreht. Heute ist der 13. Dezember. Wir haben sieben tolle Filme im Sommer gemacht und ein tolles Winterspecial. Jetzt geht's dann gleich los. Ich möchte Ihnen aber hier an dieser Stelle einfach frohe Weihnachten wünschen und ein glückliches, erfolgreiches, gesundes 2018. Kommen Sie gut rein im Kreis Ihrer liebsten Freunde oder wie auch immer, wo auch immer. Hauptsache, wir sehen uns bald hier und noch einmal vom Kaiser, der da ist, der immer da ist und von mir, der auch immer da ist, fröhliche Weihnachten und guten Rutsch ins 2018. Alles Gute!